Hey Leute herzlich willkommen zurück zu Mycroft Minispiele wir spielen ein bisschen Zweibel Games auf wie heißt es noch mal, wie heißt es noch mal, wie heißt es noch mal ähm ich habe erraten und spiel das ist auch noch mal in der Beschreibung zu finden und ich muss jetzt gerade hier schließen so habe ich gerade gesehen aber das ist glaube ich nicht so schlimm so ein paar Sekunden geht's los so ich hoffe ich hoffe den Sprung Sachen hier haben wir noch mal kein Schwert, weil das immer wieder geklaut wurde, warum auch immer und dann sehen wir uns mal das hier an und gehen ganz schnell mal runter suchen wir uns mal ganz schnell Kisten die müssen eigentlich immer zu finden sein hoffen wir mal, dass hier mal ein paar Kisten sind weil sonst schon die erste Kiste dann hinter uns, keine Ahnung auf jeden Fall hätten wir dann Holzschwert das kommt mal auf den Tab da und das kommt mal auf den zweiten so nicht so schlimm so wir sehen auch schon hier da haben wir schon die weiteren Sachen äh da haben wir schon mal einen geilen Panzer haben hier ne das hier fehlt uns oder kommt es glaube ich einer ich hoffe mal kurz weiter jetzt haben wir natürlich die falle rein jetzt bist du tot jetzt bist du tot noch mal ja ist tot ich springe jetzt nicht runter weil das ist nämlich eine falle so wir haben jetzt getötet ist tot jetzt leben nur noch zehn spieler also neun spieler und wir und dann schauen wir mal hier weiter sprich mal ganz schön zu wasser hat ich geklappt scheiße ich weiß noch mal das hier weg ist total unnötig und schon hier unten mal weiter ich glaube hier ist nichts mehr zu finden essen mal hier ein kleines brötchen und weiter geht's vielleicht hätten wir mal ein bisschen bessere rüstungen gehabt aber es ist auch mal egal hier so eine truhe mit nix drin jetzt muss man das fleisch da rein so und das zeug vielleicht sind hier noch mal sachen vielleicht da drunter so stext gut hier hoch vielleicht ob da was irgendwie ist die zweite geht es aber nicht weiter am ende ok dann ist es irgendwie ok dann bringt es nichts vielleicht würde sonst irgendwie kiste sport aber jetzt wollte keine wir müssen uns mal wieder um essen kümmern die feine mal dahin das wäre eigentlich ziemlich cool ist wenn wir jetzt äh essen würden die springen mal ein bisschen weniger welche in diesem riesigen saal hier mit diesen köpfen ist hier irgendwas ich schläge auch mal ein bisschen die grafik ganz schön runter hoch nur noch acht spieler außer uns welches auch keine truhe zu finden gut dann gehen wir da raus wenn ihnen nichts zu finden ist warum sollten wir noch darum hier rumkommeln auch da hier ist eine so irgendwie vier steinschwerter was irgendwie total unnötig ist dann tue ich mal hier die holzschwerter da rein und mach das mal hier zusammen so auf jeden fall ich nehme die ganzen steinschwerter nur mit die anderen es nicht bekommen und da ist gerade einer er hat ein eisenschwerter stürte ich nicht schön jetzt jetzt machen geil gut wir haben jetzt ein eisenschwerter ich hätte vielleicht noch cool aber das müssen wir hier das machen und gucken ob hier niemand kommt ein apfel der hat glaube ich nicht viel essen dabei gehabt auch nicht ja gut perfekt hat er einen bogen nein aber hatte 16 weizen wenn wir jetzt eine werkbank finden sind wir sieger ähm da haben wir jetzt aber ganz schönes glück gehabt gut hier ist nochmal eine truhe die hatte ich aber schon vielleicht ist hier kommt er nicht mehr rein hier in der hier außen irgendwo naja es leben nicht mehr viele spieler nur noch fünf leute außer uns und wir haben kein Essen mehr wir springen mal ein bisschen weniger was ich gerade auch schon die ganze zeit gesagt habe gehen wir mal hier hoch richtung spawn mal gucken ob hier was ist ne nachher als spinnenwebe wird uns vielleicht was bringen einem spawn müssten eigentlich immer werkbänke sein so wie eigentlich auch hier aber ich gehe auf jeden fall zum spawnen da bin ich mir sicher dass da welche sind und dann haben wir erstmal genug essen ich bin mir sicher dass hier welche sind ich sehe ich im moment noch keine aber ich hätte sie wahrscheinlich finden ich gehe vielleicht mal hier oben es liegt dabei mal sehen wir uns darum nicht ich mach mal kurz f3 an wir sind gerade auf höhe 80 und ich schaue mal ob hier nicht irgendjemand ist ne ist nicht so hier oben müssten jetzt eigentlich werkbänke sein hier sind im moment keine sieht man ja und ich schaue nochmal in den kisten was hier zu holen ist andere waren anscheinend hatten anscheinend auch die idee na gut ach hier ist eine werkbänke kurz so haben wir jetzt fünf brote das wenigstens etwas und ich komme jetzt nicht mehr hoch hell wäre vielleicht noch toll aber das lassen wir erst mal dann tauschen wir das hier mal aus hier ist auch noch mal wir hatten kein zu sicherer anscheinend ok schicken wir nochmal runter und ich glaube dass man hier auch keinen fallschaden nehmen kann aber da bin ich mir nicht so sicher und ich möchte hier eigentlich gerne nicht runterfallen das wäre nett thank you very much minecraft aber jetzt müsste eigentlich wenn irgendwie einer tot ist oder so das deathmatch beginnen maximal vier leute also 1,2,3 1,2,3,4 also noch einer müsste ja jetzt müssten ja guck mal ich leg mal hier das lederzeug mal hier rein was niemand braucht weiß ich genau was wir jetzt hier noch machen sollen ich gehe mal hier aus der stadt raus wenn das hier geht ja gut dann gehe ich mal hier in die wildnis vielleicht treffen wir da auf jemanden und dann grasen wir nicht die ganze zeit die ganzen truhen ab wo wir eh schon waren also ich habe auch letzte zeit das muss ich auch nochmal ansprechen dass in letzter zeit viele viele leute also dass im moment sehr sehr viel elektro kraft gab es gab das war so weil ihr euch das gewünscht habt aber jetzt ist erstmal eine kleine pause drin jetzt kommt erstmal nicht so viel jetzt kommt er jetzt clash und mini spiele und dann ja es ist halt so besser halt aufgeteilt weil die letzten vier folgen oder so waren nur elektro kraft und das möchte ich halt auch nicht das als das hat dann nicht guckt und dann total böse auf mich seid dass ich irgendwie mini spiele nicht mehr mache das ist auch äh er ist auch einer der grund warum ich hier gerade auch diese folge aufnehme ich hab glaubt irgendwie eine truhe gesehen die hab ich mal eingebildet ähm ich mach diese folge auch gerade nur um halt wirklich auch wirklich mal ein bisschen mini spiele wieder zu haben und äh elektro kraft mal ein bisschen auszubremsen im moment ach hier sind noch sachen drin da kommt fast gar nix äh das ist halt doof gewesen doof gelöst und äh ja hier sind noch mal ein paar pilze das ist gut machen wir uns mal ein paar suppen da kommt ein spieler ich hab dich ich hab dich ich hab dich yes yes ja nice wir haben ihn getötet so bogen ähm leute ab dieser Sekunde ähm ist irgendwie irgendwas mit meinem ton passiert keine ahnung wieso aber ähm es ist jetzt so gewesen dass ab da der ton nicht mehr da war und ähm ich ist das Video jetzt quasi ohne Ton ist die Musik läuft jetzt einfach weiter ähm nachdem ich jetzt hier fertig bin aber äh wir werden halt dann nach diesem Kampf hier passiert nichts mehr da sieht man auch schon im Chat in 30 Sekunden beginnt das Deathmatch und äh dann kämpft halt ein Deathmatch also ab dann wird's dann wieder Ton geben keine Ahnung wieso ist dann also ich hatte irgendwelches rauschen und das kann ich hier nicht entfernen mein System ähm erkennt das nicht und deswegen ja dann viel Spaß beim Deathmatch ne deswegen Leute ich muss ganz kurz einen schnitt machen ähm das liegt daran weil ich grad Unterbrechung hatte ich äh ich äh hab grad er hatte noch anderthalb Herzen ach man GG gut er hat gewonnen die Runde ist vorbei und ja dann bis zum nächsten Mal ne ciao tschau 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 tschau